Wey, Gio, wie geht's? Ewiges nicht sehen, Mann. Du sagst es, komm, wir machen doch mal einen Datum ab für den Track, den wir mal gesagt haben. Wir machen dann den Beatbox-Part, oder? Und kick mal einen. Wir sagen zusammen, mein Name ist Pyro und ich habe die grosse Ehre bei diesem Projekt Chilla Posse hier auch dabei zu sein. Mega Props gehen raus an Dr. Augs und Maus, die das Projekt mitwegeleitet haben. Und an alle Gäste, die mit ihrem Featuring das Projekt bereichert haben. Habt Spass, checkt's aus und kiesst! Hey yo, Bart von Bart und Clafer, Chilla Posse 2, zieht euch den Scheiss! Ja, ja, Chilla Posse 2, es c'è fra poco. Saluto a tutti quelli fuori. Grazie mille Augs, Maus, für das Projekt. Grazie a tutti gli altri Rapper. Chilla Posse 2! Es ist der Maus, der Ali, und von Maus ist der Beat. Chilla Posse, mach der Ficci. Ich gebe Fick auf die Shit, es können nicht wie die Besti sind mehr. Keure dazu, und wenn du nicht mindest ins Gleiche bist, lass uns Bidin. Du bei dir nicht isch, dem Splissier so schnell wie unsere isch. Es nur noch eine Sekunde, unser Shit von Runden noch isch. Dass ich muss schwitzen tun mit alle, und nicht nur meine Spitz muss schreiben. Weil ich denke, oh, die Scheisse ist nur meine Witze. Yo, manchmal Chilla und dann wieder Krügel Posse. Stressköpfe. Der Augs und der Maus sind im Haus, wir sind auf der Gasse und in der Beiz. Yo, Remo, Masso voll Kasko, auf Chilla Posse 2. Zinser Kleine, Stressköpfe. Jetzt geht's eigentlich im Flassi. Auf der Gasse und in der Beiz. Ja, 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 wir chillen gemütlich hier. Rap Harpen Studios, 2012. Pre-Listening Session vom Feinsten. Wir haben uns lange darauf gefreut, es ist so weit. Es gibt was zu checken. Natürlich nicht nur der Track mit dem Maus und dem Sharp und dem SKA, sondern auch die anderen Tracks, habe ich feststellen. Uuuuuh, Rap. Da wird auf einem hohen Niveau gekickt, also fertig reden. Chilla, Posse 2, check das Style. Peace. Softer Augs und Power am Start, wie eine 4x4a. Wir brennen und rennen zusammen, sind aber keine Konkurrennte. Keine möchten gerne um die Potente, wo sich auch nie bedanken, nur mehr aufs Kranke beschränken. Hey, ziehen durch Chilla Posse 2, aberartig. Und wer es nicht gekauft, ist ein Stinkfutz, denkt dran. Yeah, yeah, yeah. Alles klar, Alter. Da sind wir im Rap-Apartment-Studio vom Knoz da am Start. Am Representen Chilla Posse 2. Kommt gleich raus, fliegen kann man natürlich. Ähm, ja, ich sage einfach immer nur Peace. Voll geschmeidig bleiben, dort ist es noch mal. Jetzt weiss ich euch. Und ja, ziehen euch einfach diese Scheibe. Ziehen euch diese Scheibe. Das ist einfach der Shit, Mann. Und wenn ihr mich hören wollt, und viele andere MCs wollen hören, dann müsst ihr euch einfach diesen Scheiss reinziehen, Mann. Chilla Posse 2, Moze, Augs. Das ist Real Rap aus Basel. Genauso, wenn wir es sehen und hören wollen. Also holt euch den Scheiss rein. Yeah, ich bin es, der Baximsi. Deine verlorene Liebe findest du auf der Chilla Posse 2. Also pfeift er sie rein. Peace. Das ist Dr. Augs, mein Name Moze. Chilla Posse 2, steht bald im Haus. Checkt das ab, kauft den Scheiss. 18 Tracks, 23 Features, sind das Baby in einem Mann. Yeah, yeah, Rap-Apartment 2012. Chilla Posse, du weisst, wie es läuft. Peace. Rimo Masse voll Costco. Wir sind Stressköpfe. Auf den Chilla Posse 2. Kaufen jetzt, ziehen sie euch rein. Jetzt sagen sie Pfrassi.